Wir wohnen nur zusammen auf einem Bauernhof, während ich in der Schule bin. Und ich bin deine hübsche Cousine. Ja, genau. Eduardo, meine hübsche Cousine. Nix, Eduardo. Nix, Carlos Munoz. Wie sich jetzt hier einen Keller baut. Boah, Bastis ist definitiv der Hübscheste. Ey, das war der erste, ich war der erste. Das war sicher ein Creeper, oder? Warum baust du dir eine Untergrundfarm? Wir haben genug Farmen. Vor allem, wie tief ist dein Keller? Alter, weißt du, meiner ist direkt unterm Haus. Was zieht dir das mit 20 Blöcke runter bis 1? Und er baut natürlich das, was wir am meisten brauchen, eine Farm. Ich habe eine Kakaofarm gebaut. Bei mir machen wir so Hits. Oh Gott. Für was brauche ich Kakaofarm? Weißt du was, ich sammle jetzt Erde und baue hier den ganzen Ganyen zu. Ich habe Erde. Ich habe drei Stacks. Ja, gib mal. Ey, Eddie, wie viele Minuten nehmen wir schon auf? Drei? Zwei und treuftig. Eine Stunde, 45. Okay. Machen wir zwei Stunden. Machen wir. Okay, dann haben wir schon mal ein Material. Wie viel haben wir? Ich habe nicht zugehört. Eine Stunde, drei und elfzig. Oh Mann, Eddie, du hast auch noch meine ganzen Brote. Ist es Nacht oder wird es gerade Nacht? Basti, hast du Brote eingesetzt? Wird es gerade Nacht? Nein, ich habe nur meine Steaks. Wird es gerade Nacht? Ey, Basti, ich habe doch gesagt, ich mache da die jetzt. Jetzt gerade Nacht? Wird es gerade Nacht? Ich will es nur mein Dirt loswerden. Wird es gerade Nacht? Ja. Ja. Danke. Ah ey, ihr herrschaft mir 20 Brote abgezogen. Jetzt gerade Nacht. Jetzt gerade Nacht. Jetzt gerade Nacht. Penny. Bum, bum, bum. Wie viele Bröte? 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 Penny, du steigst nicht nur durch den Brunnen ein, ne? Ein Bröte, mehrere Bröte. Ja, man Bröte. Ich habe da geringe Gesicht an. Boah, so ein Konter. Basti, hast du meine Bröte? Nein, ich habe keine Bröte. Wer hat meine Bröte geklaut? Ich habe keine Bröte draufgehauen, Mann. Penny, warum bekommst du so einen Orgasmus? Ich habe nur Eddie nachgemacht. Achso. Oder war das was? Ich habe mich nachgemacht. Nein. Ich stehe hier. Wen habe ich nachgemacht? Eddie oder Basti? Nein, ich stehe hier. Und du hast dich mal facepalm. Hast du, kennst du das Ne-Gag-Bild, wo eine Granate als Kopfhörer das Teil rauszieht? Because facepalm is so mainstream. Ja, klar. Gesichtspalm, Mann. Oh, ja, jetzt geht das wieder raus. Den Tatsch. Eddie. Was nehmen wir uns aus der Kiste hier? Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Im Eisen. Nein, ich meine aus dieser Kiste hier. Ein bisschen Roastbeef. Oh, ich habe voll die scheiß Verzauberung. Bane of irgendwas. Was bringt das nochmal? Gegen Spinnen. Wow. So. Hey. Kommt her. Also wenn Spinnen sind, ich töte sie, ne? Ne. Ne. So, ich will ein bisschen XP fahren. Ja, muss ich auch machen. Ich will jetzt ein paar Monster töten. SPINNE! Fuck. Wo? Oh, da hinten hat's die... Das ist eine Spinde! Ja, Spinde! SPINNE! Komm her! Ja! Ganz gelatet worden. Enderman, Enderman, Enderman! Ey, was ist neu? Ey, lass das Schaf in Ruhe. Blöder Wichser. Lass das Schaf in Ruhe. Enderman. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 flieg dich Enderman. Komm her, komm her! Oh! Auszieh, du Pissflitsche, ey. Ist mir auszuletzt. Ey, wieso trocken die keine Enderpearls mehr? Was in aller Welt ist eine Pissflitsche? Dasselbe wie eine Kaffner, du andersrum. Hahahaha! Oh! Oh! Was ist jetzt? Hat fast die Sicht wieder dumm angestellt? Nee, du! Womit? Du und deine Kärfte immer, ey! Wer hat das Wort Kärfte bei uns eingeführt? Ich nicht! Dope! Denitiv! Denitiv! Kärften Karl! Ja, willst du mit Kärften Karl? Du? Höhle! Was mit Kärften Karl? Was mit Kärften Karl? Ja, willst du mit Kärften Karl? Du? Oh, mein! Alter! Ich schwör! Ich schwör! Ich schwör! Ich schwör! Junge! Ich schwör! Ich geb dich mit Spitzhacke! Du bist kein bisschen Gangster. Okay. Du siehst so aus wie einer. Echt? Ich töte jetzt einen geilen NPC. Nein! Bist du behält! Nein! Du bist du! Du sauberst! Was? Wie viel Schaden macht ein Dierschwert? Dreieinhalb, ne? Ne. Äh... Vier. Vier ein Viertel. Dreieinhalb. Das Eisenschwert. Nein, das Eisenschwert macht drei. Nein, das Eisenschwert macht drei, fünf, glaub ich. Nein, das Eisenschwert macht drei. Du kannst den Creeper damit nämlich dreimal schlagen und dann noch ein Herz. So, dann schauen wir. Heute noch. Oh, da vorne sind zwei Schwerter. Schwertag von der mit Luke LPs. Boah, ey, das ist ja so ein Assi gewesen. Der hat das voll von Nordop nachgemacht. Echt? Jaja, Nordop hat die Idee gehabt, hat ihm davon erzählt und einen Tag später macht Luke das. Die klauen uns recht gehen. Die klauen uns recht gehen. Oh ja. Er hat eine Idee. Das ist ein... Da ist ein Slender... Ne, ist ein Spinne. Ein Slenderman. Nein. Oh, da sind zwei... Ah! Ah! Erzähl nichts über Slender, wenn Basti dann hier ist. Warum? Der hat keinen Plan von Slender. Ach so. Äh, Slender, das ist... Ja, ich weiß. Und ich... Ja, ich weiß. Und ich... Wo bist du gestorben? Verrat' ich nicht. Ich lauf, Basti, einfach hinterher. Mein Gott, scheiße. Da wird erst eine Item sein. Und dann bamm. Ich will dir nur deine Erfahrung, Basti. Ah, das sind drei Namen. Ich hab keine. Du hattest aber welche. Nein. Warum geht der immer in dieses Haus? Da ist nichts drin. Scheiß Piss-Zombie. Ey, wenn ich jetzt sehe, dass du Brote dabei hattest, Basti, dann bekommst du auf die Fresse. Ich hab keine Bröte dabei, Katz. Bröte. Die schöne... Smörrebröt. Smörrebröt. Loll, der Enderman ist auch selten dumm. Läuft in den Kaktus. Naja, mein Hund hat dasselbe gemacht. Och man, welcher Vollpfosten von euch? Ich jammel immer auf den Feldern rum. Das passiert. Ich war schon in Ewigkeit nicht mehr auf den Feldern. Alles klar. Ja. Und? Was willst du jetzt machen, ha? Ah! Piss dich, please. Piss dich, please. Du hässlich Enderman. Piss slap. Piss slap, geh. Figgi Mühli. Oh, das war Scheiße. Nein! Figgi Mühli. Ich war's nicht. Was? Der Creed? Ja, der neben der Farm weg. Ich wollte den... Ach so. Reparier den. Ach so, ne, ich wollte eigentlich den einen in dein Haus ballern. Ey! Ich reparier den Farm hier zu können Oh, ich glaub ich sollte mal abernten Warum? Fertig? Ne, ich mein hier Achso, jo Könntest du mal machen, du Äh, mir ist hier ein kleiner Unfall passiert Ich musste kurz mal Kleiner Unfall Ich musste kurz dies und dann auf einmal Ich reparier das Haus auch, wie das so wie es war Fuck Mach's selbst So, so wie So wie, warte Wer war das nochmal, der mein Haus repariert hat? Ne, das war ich bei Rewi So sah das Haus aus, ne? Ne, das war auf dem Server von mir So, so privat mit ein paar Klassenkameraden So war das Haus hier so vollkommen kaputt So hat er repariert Wunderschön So immer Wie neu Genau, wie neu Fertig, schweiß Hinter uns Hinter dir Nein, Mann! Fuck! Meine Spitze! Ich muss mit Spitze dazu schlagen Boah! Ich hab gerade die Farm gerettet Oh, leck mich Minecraft! Oh, leck! Oh, leck! Das ist ne harscher Schwert Also ich hab ne Level 5er Schwert Und? Was hast du drauf? Ja, das ist hier dieses Bane of leck mich am Arsch Achso Sag mal, warum wird hier nicht nachgesagt? Und? Ah, dein deutsch Jamieский Ja, dein typischer Ich hab für mich nicht 7 Miro auch für Mauer Rufus Maro mit für die wie spät ist es also wie lange haben aufgenommen weil es ist alt und nur noch ein Bild noch fünf Minuten noch fünf Minuten nein er fragt alle zehn Minuten müssen nachher jetzt überrechte er auf die Minute genau Nein. Na! Eddie! Mach das weg! Was? Was? Okay, weh, die hat's schon weggemacht. Was denn? Guck dir den Zombie an. Der steht bei meinem PC, oder? Ja. Danke. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, schlag mich noch mehr. Achso. Eddie! Nein! Ah! Alter. Wie hoch bin ich geflogen? Das muss ich mir doch auflaufen. Das muss ich mir doch auflaufen. Nein, weißt? Achso. Du hast das voll drauf. Alter. Du hast das jetzt sehen müssen. Ich hab Eddie geschlagen im selben Moment, dass ein Creeper explodiert hat. Und der ist einfach mal vier Blöcke hochgeflogen. Das waren vier Blöcke hoch und sechs Blöcke weit oder so. Das waren fünf Blöcke. Das war wie genial das Oster. Ich steh so hinter wenig. Ey, warum schlägst du mich die KZ? Dreht sich um, schlägt auf dich ein. Wumm. Ey, die war weg. Hast du was drauf aussehen? Was? Hast du was drauf? Ja, hab ich drauf. Hast du mich genau gesehen? Ach du Scheiße. Das war mega geil los. Das war mega geil los. Alle aus meiner Sicht. Das hat mich jetzt voll an die erste Minecraft Folge von Grongs Staffel 2 erinnert. Wo er auf so einem Berg ist. Und dann explodiert ein Creeper und er fliegt erstmal 20 Blöcke in eine Richtung und landet auf dem Baum. Wieso kennst du es von Folge auswendig? Ne, ja, weil ich ja auswendig kenne, 30 Minuten Folge, wenn ich eine Szene davon erwähnen. Ja, klar. Das war die erste Folge, hat er doch gesagt. Die hier wird wohl nicht unbekannt sein. Ich hab's nicht gesehen. Bruder, voll ist er noch. Hey, komm Skilett, ich krieg die auch da spinne. Warum stimmt das Skilett nicht, wenn's im Wasser? Hey, die darf ich auf deinem Feld nachsamen? Ja, komm schon zu Hause. Dann darfst du raten, wer dafür geschlagen wird. Wer? Nein, aua! Flieg! Wollen wir mal was ausprobieren? Einer stellt sich da oben auf den Kirchturm und ich schlag den runter. Ich will wissen, wie weit der fliegt. No risk, no fun. Ich muss dabei aber springen. Warte, ich will auf deinem Haus landen. Okay. Nee, auf dem hier. Soll ich sprinten? Anlaufen? Okay. Warte, warte. Warte, warte. Ich futter noch und ich muss in der Fünf-Sicht filmen. Ich kann's auch aufnehmen. Boah, also die Szene mit dem, wo ich weggeflogen bin, ey. Basti, Alter. Nein! Das ist nicht da drin, Basti. Was macht ihr da oben auf der Kirsche? Noll! Wie Scherzen hast du? Hä? Oh, ich hab drei, vier verloren. Wer hat dann Snow Golemming gebaut? Bam! Bam! Das war mein. Bam! Das war Oleg! Das ist ein Stück weg! Der wurde Oleg into friends. Du Schwein. Wieso macht er keinen Schnee? Mach Schnee! Mach Schnee! Mach Schnee! Mach Schnee ski! so schnitz und kann schnell macht schnee so Aufnahme ist gleich vorbei nur noch eine Minute chill also, dann gehen wir halt eine Minute drüber, weil wir mega Gangster Shit super awesome LP LP mal LP 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 okay das waren noch Zeiten damals so, ich hab jetzt auch ein Böckli mit den Chantli ach du Scheiß, sie hättet sich nur ausleuchten sollen, wenn ihr schon zu macht Hallo Monsterski Monsterski ich spiel jetzt äh, Ping Pong mit den Spinnen Aua, jetzt haben die Spinnen mit Ping Pong hier gespielt What do you make on my Kiste? Gar nicht? Are you serious? ich hab nach Fallen geguckt Nein, fängt das zu tun Nein, fängt das zu tun Ich kann mir selbst nicht schlafen Weh, du hast nichts angefangen das fängt dann mit Ayub Ayub Ah! Ayub Ah, hab ich mich eingepisst Alter raus mit dir Geh, nein, nein, nein das ist mal, lass den den boah, ey, du darfst kein Hausnehmern haben, Alter Ich werde auch die Beine springen, brauche ich mich, wenn das Schulze jetzt am Wochenende am meisten Freu ausdrehen Was? Fendt dem Lord Na Na Na, ich weiß nicht, was du meinst Ja, okay, ich brauche jetzt hier noch mal Ich brauche Nehme ihn an die Hand Das schlafen wir uns alle wieder in die Hand, was? Nehme ihn in die Hand, nehme ihn an die Hand Was? Komm Halt Das ist Giseler Das ist wie schon ein Welfe, der einfach anfängt zu springen Giseler Kennst du nicht Giseler? Achso, doch Komm her, komm her, komm her Drei Fuß Giseler Ja Warum kommt da kein Schnee raus? Wir treffen uns bei, äh Höh Ah Aber das war jetzt wieder Hast du's drauf ausdritten? Basti hat den Boden und dein Schneegolem weggeboren Hat glaube ich vergessen, dass da drunter die Schlucht ist Und der fällt wohl rein Ich komm gerade zum Sekt Ich wollte sagen Treffen uns bei Basti Schneemann und sehen Und wie der Schneemann runter plumpst Ja, komm jetzt her, Vini Ich bin hier irgendwo Aua Ich bringe da Mine Widerschern Ich musste lachen über deine eigene Tänlichkeit Ach, komm, Bauchtrumpf Nein, Basti Tücht jetzt Du musst dann auch runter fallen Hahahaha Oh, da drunter die Mine Ey So, jetzt bist du da Hör auf, hör auf Oh Mann Da drunter ist doch die Schlucht, du Idiot, Mann Ich die Was die, hab ich dir schon mal gezeigt wie man fliegt? Aua Was die ist gefliegt? Ich bin widrig, ich bin gefliegt Warte, komm, einmal zum Abschied der Folge will ich nochmal fliegen Gut, ich schieß dir in den Rücken Nein Du hast kein Knockback Ich hab Power Ist mir egal, aber kein Power So, Vini, du stellst dich hier hin, hier Okay Und schießt einfach gerade aus Äh, schlägst einfach gerade aus Okay Ich verabschiede mich hier mit der Folge Aua Könnt ihr bitte aufhören, danke Das war Eddy Danke, Eddy 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 lass es Jetzt aus jetzt Äh, ich hab hier noch ein Denkmal Oh nein Ich hab hier noch ein Denkmal gebaut Spring Du fliegst eh hin Nein, ich hab das aufgetroffen Spring du Bob Nein Warte 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 Ein Golem eingebäunt Ein Dirt-Golem Ich verabschied mich jetzt hier im Namen Der ist genauso kräftig wie ein Eisengolem Nur gar ist jetzt die Zucht geblieben So war ja Wirat Gbt so ein Ding mit der Hackener Pass auf, was hab ich noch auf das Lager Darf ich jetzt bitte die Aufnahme billen? Naja, las mal wenden Jetzt kommt... Warte, jetzt kommt noch einer. Ja! Nein! Nein! Fick dich, ich hab nur den Boden wegbrechen sehen. Du hattest so Glück, dass ich dich zuerst geschlagen hab. Ich wollte eh gerade weggehen. So, ich verabschiede mich jetzt erstmal dem Namen aller... Nein! Die Sachen... Oh nein, die explodieren alle! Hör auf! Nein, meine Eisenbahn! Bis zum nächsten Mal. Nein! Mann, all mein Zeug ist weg! Ich mach sowieso mein ganzes Zeug neu aus deinem ganzen Eisen. So verabschiedet ihr euch jetzt auch, bitte. Bitte Fresse. Tschau! Bitte Fresse! Ich verabschiede mich mit den Worten, Veni ist scheiße, er soll krepieren! Okay, tschau Leute! Nix tschau Leute! Ich bin noch nicht fertig! Du bist fertig, oder? Nein! Nein! Ich bin noch fertig! Warte, warte, warte! Veni, du Kotz-Krücke! Nein! Nein! Komm mal! Können wir jetzt bitte... Du Fissflitsche, ey! Ohne Scheiß! Jetzt... Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht so... Ich kann nicht mehr mit den Bürgern sitzen! Passt, ich will doch noch rein! Jetzt wird die Folge beendet! Vielen Dank fürs Zuschauen! Ich hoffe... Kommt schon! Kommt schon! Kommt schon! Kommt schon! Nein! Hör auf! Hör auf! Ey, mach das Ding jetzt schnell weg! Ist die Aufnahme beendet? Tschau! Okay, tschau! Au! Fick dich! Schön, wenn ihr eure Aufnahme beendet habt! Die Aufnahme ist zu Ende! Ey, hör auf! Die Aufnahme ist zu Ende! Mir auch egal! Bei mir nicht! Weg! Bei mir läuft's noch! Nee, bei mir... Komm her! Komm her! Ich geh nicht durch... Ich pass nicht durch die Tür! Oh, Mann! Wo ist mein Pischschwert? Wütender Fenis-Pute-Zulauf! Oh, Mann! Idioten-Lokale! Mann, ey! Könnt ihr jetzt... Mann, oh! Okay, geh ich halt weg! Tschüss!